Musik Eine tolle, schöne Etappe von Naturens hinüber ins Sarrental, durchs Maranerland, über die Berge mit Blick in die Dolomiten. Es wird wieder schöner. Es geht einfach los durch die Obstgärten des Maranerlandes, dann hinauf in die Berge mit einem wunderschönen Panoramatrail und einer Hammerabfahrt hinunter ins Tal. Eine wunderschöne, kilometermäßig kurze Etappe, aber ein geiler Berg drin, richtig viel zu tun. Macht Spaß, das Ding. The fourth stage of Craft Bike Transal, powered by Sigma, from Naturens to the Sarrental, is a beautiful stage, hopefully, surely, with good weather conditions, sunny conditions. We just cross the apple trees of the Maranerland country and go up to the hill with a beautiful view into the Dolomites at 2,000 meters. Beautiful panoramic trail and a challenging but wonderful downhill trail to Sarrental, the final stage. David Schuss